Hallo, ich bin so wütend. Wir müssen das erstes mal raus, kommt noch öfter. Ja, und das war gerade so nicht im Kontext. Voll gekünstelt? Ich weiß, das muss so. Wir alle hassen Kulle und deswegen bringen wir das jetzt so, heißt das eigentlich Kulle oder Kulle? Ich bin Solltun die Kulle. Den wollen wir auf die Fresse kommen, weil er so nervt. Keine Ahnung. Das Problem ist, das ist ein Geist und da helfen uns unsere Mörder. Da liegt erstmal ein perfekter Topaz drin, super. Und da ist erstmal Stefan aus dem Bild gesprungen, weil er schüchtern ist, deswegen läuft er auch die ganze Zeit weg. Ich pass gar nicht ins Bild, Alter. Dein Ego passt nicht ins Bild, ey. Hab ich schon erwähnt, dass ich abgenommen hab? Ich bin knapp über 100. Ich hasse diesen Piester. Ah, ich hasse. Ah! Nein, der kommt doch noch hinterher, der Drecksack. Lass mich in Ruhe. Wollen wir da rein? Ja, ich muss. Ja, da müssen wir eh rein. Gott sei Dank. Lass uns den Kacker hinter uns bringen. Oh, das habe ich nie gesagt. Wir sind hier im öffentlichen deutschen Fernsehen. Oder wie ich öfter sage, guckt ja sowieso keiner den Scheiß. Richtig. So. Können sich ja mal wieder wieder aufregen, dass wir Loops hier einig sind. Unbedingt. Oh, ii. Tu das Mond hier. Oh, komm her, hier. Drecksack. Warum klappt das nicht? Ah, ich bin auf Cooldown. Warum sagt mir das keiner? Du bist jetzt Cooldown. Dankeschön. Sehr gern. Oh, hier dieser Hinsprint-Dings. Ja, dieser hier. Richtig. Ähm, der eignet sich auch ja sehr schön für Mobs, die ihr gerne mal wegrennen. Ja, das ist optimal. Habe ich gerade festgestellt. Voll prima. Du hast es auch gefallen angefunden, ja? Ja, sehr. Das ist wie springen, nur irgendwie Fieser. Der rennt halt durch. Beim springen springt er über die Hälfte weg, der Drecksack. Guck mal, ich treffe sogar die. Oh, oh nein. Schrei mal rum. Was passiert hier? Warte, warte. Mitten rein und. Oh Gott. Ich grill die mal. Alter Schwede, was tust du? Barbecue. Ich wollte den meiner mächtigen Faust in die Fresse hauen. Ich habe übrigens gerade 46 Monster getötet. Angeber. Gar nicht wahr. Ja, wir machen das ja nur mit Overpower-Charakteren, weil ich hier unbedingt durch diesen Kack durch will. Das habe ich nie gesagt. Wir sind, na. Oh, er wird wütend. Komm her. Hallo? Hallo? Oh, da. Ah, bam. Ich werde mich verlaufen. Ich werde mich verlaufen. Mach nichts. Mach ich dauernd. Ich weiß die meiste Zeit nicht, wo ich überhaupt bin und was ich überhaupt soll. Wer bin ich? Was tun die Leute hier? Ich bin da sowieso da ganz böse. Ich bin ja nur, mich hier zu plündern. Ach, cool was übrigens. Ich habe ja die Enchantress und wir sind hier ja auf Nightmare. Sind wir auf Nightmare? Keine Ahnung. Und da habe ich die Enchantress halt dabei. Weißt du, was ich meine? Auto. Die habe ich eben, weil sie ist so ein goldener Spaß. Habe ich halt dabei und dann treffe ich die halt noch mal. Und dann sagt sie nur so, sie kommt mir seltsam bekannt vor. Ich so, ha ha ha. Blizzard, ich liebe euch. Ja, habe ich gelesen. Fand ich sehr schön. Ich habe auch in meinen Arbeitsabend noch sehr aufgewertet. Ach, guck mal, den mal kaputt hier. Nervt. Da fliegen Leichenteile. In meinem Schrank liegen Leichenteile hoch. Ich kann gar nicht. Lass mich identifizieren, du. Danke. Mach die mal kaputt. Ich habe keine Zeit jetzt. Hoi. Das ist ein... Schild. Halbe Sätze. Halbe Sätze. Was? Schweig. Vibe. Du bist auch sehr toll. Du bist höher zurücklaufen. Ja, scheiß, dass ich mir springen kann. Das war über... Links oder rechts. Oh, warte. Ich muss eben kurz so. Links oder rechts. Rechts. Rechts lang. Das ist schön, ich bin rechts genug. War sogar die richtige Richtung. Ist doch schon mal schön. Dann kommen wir hier jetzt wieder raus, oder? Ja. Was tun wir? Raus oder? Oh, erstmal den da aufs Maul hauen. Blute, du Bastard. Ich klicke hier aber wild auf die Tasten. Ja, angehbar. Komm. Barbecue. Barbecue. Zweihand. Das ist natürlich... Ah, super. Magic Polearm. Zweihändig. Mit plus 82 Intelligenz. Schon krass. Ah, wir sind wütend. Ach, du auch. Guck an. Not in a fury. Ja, ich bin wütend genug. Jo. Wieso läuft eigentlich Kuli mir schon wieder hinterher? Ja, das ein Drecksack ist. Steht auf meinen... Hintern. Au. Und auf meine Möpse. Ach nee, die kann er gar nicht mehr sehen, weil ich mich angezogen habe. Warum tust du sowas? Frauen sollten permanent nackt sein. Nein, das wäre langweilig, oder? Da fand ich auch diesen Spruch. Ich glaub, da geh mal auf Facebook rum. Warte, den kriegst du. Warte. Ja, sag mal still jetzt, ich will reden. Also, ich meine die Monster nicht. Ja, dankeschön. So ein Spruch. Frau zieht sich nicht bla bla hübsch an, um Aufmerksamkeit von den Männern zu bekommen. Wenn sie den Aufmerksamkeit haben wollten, würden sie nackt gehen. Ist gelogen. Halte ich für groben Schwachsinn. Ja. Dafür bist du schon eigentlich zu nackt übersehen. Weil... Schalt den Fernseher an. Ja. Da hast du immer ein paar Titten. Oh, guck mal, Brüste. Oh, andere Brüste. Ih, hässliche Brüste. Oh. Talkshow-Brüste. Weißt du, da ist, da finde ich, ähm... Das Lied von, von... Ist das Fettes Brot? Bettina? Ja, Bettina, pack die Titten ein. Ja. Finde ich sehr, sehr gut. Ja, da musste ich lachen. Das hab ich... Musste hab ich permanent vor mich her gesummt, als ich halt im Auto fahren war irgendwie die Woche. Weil ich das die ganze Zeit gedacht hab. So. Eine tolle Tour Oldenburg gefahren. Und ich hab die ganze Zeit diesen Song vor mich her gesummt. Ob ich ihn eigentlich gar nicht so super finde. Aber das passt so gut. Ja. Apropos Bletschek und Noten. Wer ist das eigentlich? Bin zufrieden! Ah, komm her du! Ah, das ist so ein Kettenbastard, ja? Pack die Ketten ein. Ich bin nicht im SM-Club. Alter! Auf die Fresse, komm. Die Kette ist mir egal. Das meinte ich übrigens mit, ich kann mich in die Ketten stellen und mir passiert nichts. Okay. Aber du musst mal eine ganz kurze Sekunde warten. Ich. Mein Aschenbecher. Ich bin Abaddon. Abaddon wartet nicht auf Frauen. Mein, mein Aschenbecher brennt. Warum? Vermutlich, weil du ihn nicht richtig rausgemacht hast. Klar, aber... Ja? So, ihr kann weitergehen. Ich kann nichts dafür, ich bin betrunken. Und food. Ahahaha! Komm her du! Guck mal, da sind ein paar mehr. Geschnetzel, Junge. Zombie Walk. Das tut aber echt weh. Oh, komm her! Danke. Siehst du, ich bin schon über Lebenspunkte wieder voll. Hast du das gesehen? Nee. Aber Revenge benutzt du ja auch. Ja. Nee, er hat mich fast umgebracht, kleinen Bastard. Was dann fies ist, wenn dich jemand eingefroren hat. Das sind die einzigen, die mich eigentlich noch killen. Wollt ihr meinen Lebenspunkte-Saug-Rhythmus versauen? War das ein ganzer Satz? Ich hab keine Ahnung. Du bist ein, 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 ein Lutscher. Wollen wir hier in die abscheuliche Höhle rein? Ja, bitte. Weißt du noch nicht, was wollen wir hier überhaupt? Frau, wo bringst du mich hin? In meinem Club. Ah, ich bin so wütend, weil du mich hier... Ah, ist das nicht Karstadt? Aber so hässlich ist das hier. Komm her, tote Villager. Gibt's bei Karstadt aber nicht. Obwohl, da kann man sich auch nicht so sicher sein. Vielleicht verkaufen die Klamotten von Leuten, die sie vorher gegessen haben oder so. Nee, ich hab jetzt gegen Karstadt übrigens, falls das mal jemand sieht und das Video melden will. Ich find Karstadt voll super. Ich mach hier eigentlich nur Werbung für Karstadt. Ich krieg dir so 100.000 Euro dafür. Und Cola gibt's da auch nicht. Oh, warte. Was mach ich hier eigentlich? Ich greife irgendwelche Sachen an, die sich nicht mal bewegen. Paranoid. Oh, guck mal. Der Timber-Ex. Reflecting-Kack. Gold. Ich bin so wütend, da ist nicht mehr Gold. Oh Gott. Ich hab übrigens schon einen hinter mir. Also, das ist das dritte Glas oder so. Guck mal, da ist so ein Rockwürmchen. Wo ist er? Oh, ich... Aua. Ich darf hinten bei dir. Ah, diesmal bin ich nicht wütend. Merkst du mich an? Nicht wütend genug. Was wolltest du gerade was sagen? Nee, alles gut. Alles gut. Alles gut. Oh Stein, ich bin so wütend. Quatsch. Was machst du da? Ich hab... ich hab... ich hab... noch mehr. Mal fragen, ob ihm das weh tut, während er sieht, dass ich hier auf Eiersäcke einkloppe. Hm. Es ist ein... ich... Du kennst mich. Ich halt ausnahmsweise mal die Klappe. Oh, ein glücklicher Regen. Ist doch super. Den kannst du... Hier, Schatz, komm her! Hier, direkt für dich! Oh! Ah! Macht mich wütend! Oh! Das ist total scheiße! Haha! Ich hab grad so Spaß, ey! Ach, du bist... Oh! Oh! Was passiert hier? Dinge! Ja! Ich... Insekten prügeln! Super! Oh, äh... Du musst gleich übrigens für eine Sache... den... 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 den Ton hochdrehen. Von dem Gelaber. Geht nicht. Ich bin grad endlos wütend. Weil hier ist ein Sackgass. Ah! Was? Was wolltest du? Hast du zugehört? Ich... ich soll den Ton lauter drehen wegen... Zudrehen? Hab ich grad gesagt. Ich hab keine Ahnung, was ich hier immer für... Oh! Oh, ein Vögelchen! Scheiße! Was? Aufwachen! Was hast du? Ich soll den Ton... Was? Ich versteh dich nicht. Sprichst du leise. Au! Was denn jetzt? Weil irgendwas leise ist. Ich hab keine Ahnung, wovon du sprichst. Warte doch mal eben. Ich hab Angst verspinnen. Schatz! Schatz macht die Spinne tot. Die haben mich... Aua! Ich bin so wütend! Ich hasse Spinnen! Geschnetzel! Ne, ich meine, wenn wir... Oh, da liegt er. Wenn wir... Wenn wir Kuli da heile machen, ne? Ja. Dann gibt der ja so lustige Sachen von sich, die man auch lustig anders interpretieren könnte. Kann man? Oh! Ist dir das nicht aufgefallen, dass Sultan cool klingt? Oh! Ja! Gleich ist es soweit! Oh ja! Was, ernsthaft? Ich glaub, das klingt auf Englisch anders. Ich kenn ja durchaus auch Leute, die den Mist hier auf Deutsch spielen. Ich weiß noch nicht wieso. Aber die gibt's angeblich. Ja, du musst dir das tatsächlich mal auf Deutsch anhören. Das ist so witzig. Aua! Der fand wirklich wütend! So. Wegen der Sackgasse. Ja, mal wieder. Oh, du auch, wie ich sehe. Oh, sollen wir mal ausprobieren? Vielleicht ausprobieren, wenn wir uns entgegenrennen? Ah! Oh, kann ich. Bin ich, bin ich, bin ich bereit. Tut mir leid. Ich kann grad nicht. Gib mir fünf Minuten. Ah! Dann kann ich wieder, ja. Ich bin nicht wütend genug. So Quatsch. Permanent wütend. Ich stell mir gerade vor, wie Serdar Sumundo den Quatsch hier spielt. Oh, Goldner. Ähm, 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 schönes neues Interview mit ihm. Das musst du dir auch noch mal geben. Das ist ja wirklich großartig. Ey, der brennt. Ja, aber nicht doll genug. Ja, jetzt verrückt doch du. Wieso? Ich hab schon wieder keinen Platz hier. Ich wollte sagen, Bastard, aber ja. Das... Oh, Eiersäcke. Kein Platz mehr. Meine Einkaufstaschen sind voll. Aha. Entschuldigung. Und da hast du schon die großen. Von Ikea. Die gelben. Ikea ist übrigens auch ein ganz super Laden, über den wir jetzt nicht lästern werden. Weil es gibt schöne Schweißbällchen. Das wunderschöne Bett-Gutfig. Ach, ehrlich. Was? Wir haben ein Kinderbett, das Gutfig heißt. Ich hab Eiersäcke gefunden. Hast du runtergeguckt? Hab ich nie gesagt, okay. Schneiden wir raus. Ja. Gut, dass das nicht live ist. Oh, Grips. Ich habe Grips gefunden, endlich. Ich habe 32 Jahre gewartet und ich habe Grips gefunden. Scherz, ich hab Spinnen gefunden. Oh, super. Ich hab Angst vor Spinnen. Ich komme. Au, ich tue nochmal ein bisschen weh. Guck mal, ich kann im Feuer stehen, das macht mir nichts. Und das meinte ich halt, mit Lebensauffüllung ist definitiv eine gute Sache. Da kann man hier so drinnen rumlaufen. Und auch, oh. Oh, oh. Ja, wenn man keine Gegner mehr hat, die man schlagen kann, ist das natürlich ein dummer Plan. Queatsch. Ich finde das Queatsch immer so super. Oh, was ist passiert? Au, au, au. Lass das mal jetzt. Scheiß Gift. Ich bin gleich wieder da. Ich habe im Inventar voller Ramsch. Die bei Akea haben mich wieder nicht in Ruhe gelassen, ey. Ich höre mein Herz schlagen, das ist ungut. Ich kenne da aber einen, der hat so ein Herzchen über den Kopf. Komm, schnuffi. Ja. Receive a blessing. Toll. Du musst den, anstatt dass das gleich funktioniert, wenn man den einmal anquatscht, nehmen man muss da noch ein extra Knöpfchen drücken, damit der auch kapiert, was man gerade von ihm will, oder was? Den, äh... Heiler. Ja. Hä? Was will ich wohl von dir? Du hast nur eine Option zum Anklicken. Deine einzige Existenzgrundlage, ich habe ihn übrigens heute das erste Mal angesprochen, ich vermute, dass es seine einzige Existenzgrundlage ist, ist, dass man ihn vollquatschen kann, damit man sein Herz voll bekommt. Ne, dass ich vollquatschen lassen darf. Hm. Ja, ich rede ja sowieso recht ungern, der Barbar. Was wollte ich, wo bin ich? Egal, ich bin wütend und bleib wieder da. Zack. Ach, du bist schon wieder am rumranallieren. Ja, sicher, aber keiner. Richtig. Oh, Gold. Oh, ich habe einen Wegpunkt gefunden. Oh, schön. Nützlich. Außerordentlich. Ja, hier passieren Dinge, die ich nicht mag. Oh, wenn wir alle Winde zerstreuen. Du magst so viele Dinge nicht. Das ist auch so, finde ich, verleumderisch. Ja? Oh, ein bisschen. Entschuldige. Ich schmorl jetzt. Na, ich kann nicht lange schmorlen, ich muss immer rumsabbeln. Hmhm. Oh. Ich hatte sowieso still im Raum. Also, das geht gar nicht eigentlich. Was machst du denn da? Ih. Ich renne ein bisschen in der Super rum. Ich will mir meine Füße nicht schmutzig machen. Pussy. Ist auch so geil, wenn dieses komische Begleiterin mitläuft. Ja, passt auf die Dinger auf da. Bla, ist schmutzig. Tröt, tröt. So, ja. Und? Ich bin Barbar. Ja. Oh. Das habe ich nur nie gefunden. Oh, oh. Weißt du jetzt auch warum? Oh, die machen mich nach. Ja, die machen mich wütend. Oh, Kacke, Mann. Oh, die machen mich aber ganz schön nach hier. Ich bin die Kacke. Kann ich mir den Move ein geschützen lassen? Kann ich ihn verklagen? Ach, der ist auch für mich schade. Ich seh das aber nicht. Ja, jetzt geht mal irgendwie Worn, das hier an dir nervt. Die haben mich halt echt kaputt geklopft, als ich äh.. noch nicht so überliebt mit meinen Skills war. Die haben mich mit 3-4 Schlägen einfach mal so zerprügelt. Aber seitdem ich mich einfach in ihren Körper greife und ihre Herzen rausreiße, Und dann... Also stell ich mir das Mist vor. So viele Hände hab ich zwar gar nicht, aber... Oh, abschützter Hubschrauber. Ich bin gleich wieder da. Ja, leuchtet hier alles. Ich finde das nervig, dass die Edelsteine auch weiß sind. Das ist eine Sache, die ich nochmal bei dem Support anschreiben muss. Das geht so nicht, Freunde. Macht das anders. Na, macht das mal anders. Das hattet ihr doch bei dem letzten auch schon. Dass ihr da Supportanfragen bekommen habt. So, was war das jetzt? Die Kiste ist immer noch nicht offen. Wart auf dich. Du bist zu freundlich. So bin ich untenrum. Freundlich. Oh, dann auch noch eine sehr schöne Unter... Ach, ne. Ach, scheiße. Unter 18, was? Ne, alles gut. Weitermachen. Womit? Mit wütend seinen Kriecheln. Aaaaaaah! Hm, verweil. Ja, will ich. Ich hab einen Ring für dich doch nicht. Den glücklichen Ring hab ich auch sehr gerne von dir angenommen. Supi. Kann der was? 11% mehr Gold von Gegnern. Das war ja klar, dass das die Frau kriegt. Aber du es ausgeben kannst. Ich denk nur an dich. Das ist so freundlich. 140% Critical Hit Damage extra? Wo hab ich das denn schon wieder, ja. Und 16%, also jeder sechste Treffer knapp. Bei eins, anderthalb Angriffen pro Sekunde, beziehungsweise zwei, wenn er total wütend ist. Also eine gewisse Grundwut ist ja immer vorhanden. Wieso rennt Kul mir eigentlich immer noch hinterher? Warum bin ich grün? Haha, ich bin wütend. Ich bin Hulk. Ich bin Hulk. Ich hätt' jetzt... Schreck hätt' ich aber auch so gut gefunden. Ey, komm. Was? Schreck ist cool. Malte spielt hier gar nicht mit. Oh, es darf wieder, musst du auf dem Index. Was? Malte, wir lieben dich. Ach so. Meistens. Was? Ich hab' ein rares Schwert gefunden. Das hat... Oh. Das ist tatsächlich besser als das, was ich gerade hab. After each kill. Warte mal. Ich hab' ein Rambo-Messer. Ich find' meine Machete ja so geil, die ich in der einen Hand hab. Machete, Machete, Machete. Ja, Moment. Da. Ich find' dieses Hackebeil so dermaßen toll. Baba braucht keine tollen, schönen Waffen. Da wütend ist. Okay, das wird langsam lahm. Warum? Warum? Welcher Depp latscht hier eigentlich durch die Wüste und stellt überall Kisten hin? Äh. Ja. Da können wir noch nicht hin. Ich kann das. Ich hab' hier so'n Gruppe Spasten gefunden. Was so? Gruppen von Gruppen von Spasten halt. Keine Blutsaugen. Oh. Wie können Insekten einen Magic Pole arm durch die Gegend? Na, wir denken nicht weiter drüber nach. Du weißt... Ach ne, das wär' auch wieder das Rechtes Verlag heißen. Der schlechte Witz ist jetzt schon hart. Ja. Komm, hier auf die Fresse und da nochmal und hier und... Ich bring' Freunde mit mir. Oh, ich auch! Schön. Große Party. Ich kümmere mich um deine und du um meine. Oh ne, mach die mal alle auf einen Haufen hin. Ja, bin ich frei. Zu spät. Das ist halt das Ding. Deswegen hab' ich diesen Rant Skill und diesen Revenge beide auf eins und zwei. Wenn da mögliche mal ne Gruppe kommt, dann kriegen die so richtig die Fresse dick. Du Skelett, ab und Sumpf, komm. Wie ich ja bereits erwähnte. Oh. Ich komme, ich komme, ich komme, ich mach mit. Erinnert mich das hier noch stark an die... Hast du eigentlich Guild Wars hier mal gespielt? Äh, nein. An die Char-Gegend jedenfalls. Nachdem der verheerende Angriff mit diesen Massenvernichtungswaffen von den Char ausgegangen ist, die haben irgendwie so... Guck mal, wir können Großmagic machen auf Gebiet von Mensch. Und dann hat's halt vorher wunderschön so... Und hinterher sah das einfach so aus wie jetzt. Okay. Warum man ein Gebiet so erobern sollte, ich hab nicht die geringste Ahnung. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also erst alles kaputt machen und dann einnehmen, also... Oh. Stress. Da sind wir dabei, das ist prima. Oh, sei leise. Das hat ein Arbeitskollege heute den kompletten Tag gesungen. Guck mal, ich kann da nur so viel rumrennen. Oh, scheiße. Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Ja, danke. Das war mir jetzt gerade so rechtzeitig. Sehr gerne. Oh, ich stehe im Gift. Das ist ähm... Klug. ... Guck mal. Bis zum nächsten Mal.